Schieß! Gib ihm! Gib ihm! Grüße! Alter, er killt durchs Fenster! Wollt es aber! Wo ist das Tor zu, die feige Sau? Warte, ich fahre euer Dynamit hin. Hier läuft was rum mit Feuer. Na ja, das ist der Schlichter. Der ist schon aktiv? Ja. Weiß nicht, ob der aktiv ist, aber der schaut so aus, weil so schnell geht er. Nimm ich den rechten Flammtück und den linken, oder? Ja. Wo ist denn hin? Passt hier gerade aus auf 300, ne? Ja, genau in die Richtung. Geht los! Geht los! Also die Monster können wir schon mal abstechen. Das klappt schon mal ganz gut bei uns im Machen. Oh! So. 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 Dann müssen wir jetzt praktisch von rechts nach Claudio aus. Wollen wir hier raus, oder? Mhm. Unig bin ich voll. Bist denn du? Aber du bist schon draußen. Ja. Ich steche ja schon über Landsleute ab. Okay. Oh, ich sehe schon wieder Wasser. Naja, es war ja bloß ein kleiner Pfützer. Ja, ich hab dich nicht mehr erwartet. Da hinten sind zwei. Wo? Dort hinten. Ich bin unterm Haus, die schleichen sich da vorbei. Jawohl, ist aber. Mach das Tor zu, die feige Sau. Warte, ich fahre eure Dynamit hin. Das was bringt. Er hat mich erschossen mit Kopfschuss, Alter. Wusste. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich noch in der Kammer. Da hat er das Tor zugemacht. Scheiße. Wo bist du? Ich lieg da, wo wir gekrochen sind. Unterm Haus. Aber pass auf. Mist. Ah, cool. Schleich mal rechts rüber. Warte, ich guck mal. Medipack verköstigen. Ich hab so den Ausgang im Blick. Seinen Partner hat er liegen lassen. Na ja, den kann er nicht mehr retten, weil er so in die Luft flog. Bis jetzt jetzt die Frau geht. Ja. Ist er schon weg? Da ist er. Seiner. Wo? Welcher? Wie viel Uhr? Zwisch 290. Wollen wir gerade vorbeilaufen sehen? Ja. Wollen wir gerade vorbeilaufen sehen? Ah, das ist ein anderer. Wollen wir vorstürmen? Ich schleich mich mal rüber. Ja. Pass auf, da drin ist auch immer. Ich glaub, das ist ein dicker. Ich glaub, das ist der Schlechtere, der da drin ist. Ist sicher noch hinten noch. Okay. Hier läuft was rum mit Feuer. Na ja, das ist der Schlechte. Ja. Der ist schon aktiv? Ja. Weiß nicht, ob der aktiv ist, aber ich schaue zu Hause, weil so Schnee geht an. Mhm. Ja, der ist dran. Okay, dann machen wir klar. Boah. Warte, ich schmeiß die nur mit. Boah, fuck, wir sind die mir. Warte, pass auf, dass er dich nicht mal anfackelt. Ja. Hier lag der andere, der Sportfreund. Alles hier schon zuut? Ja. Ja. Na komm. Schnell weg. Ich muss noch in Ordnung. Mann, ich komm ja nicht zum Schießen. Ja, du laufst dann nur im Kreis. Ah ne, in die falsche Richtung. Ah, jetzt läuft hinter mir. Dunst ein Tor abknallen. Läuft auch nicht hier so im Kreis. Da brauchen nicht mal viel. Wo ist der Specksack? Bin leer. Jawoll, sauber. So, nachladen. Oh, hier müssen wir aufpassen. Überall Eingänge. Hier ist eine Muni-Kiste. Okay, bei mir hier hinten auch. Ich brauche noch einen Midi-Pick. Ja, jetzt bin ich voll. Du musst den abernten. Dann bist du wieder voll. Ja, aber der war vorher schon ganz gerne ein bisschen voller. Aber warte, wir machen mich noch einen Midi-Pick. Was ist denn das nicht? Was ist denn das hier für ein Dreckshöhner? Das ist der andere. Das ist der andere. Da hat er wahrscheinlich am Jäger gestorben. Am schlechter gestorben. Mhm. Er wollte immer im Alleingang fertig machen. Ja, aber einfach, dass du in den Neiglauf fließt. In die Arme gerannt. Ja. Wenn wir jetzt mit dem Dynamit schon erwischt haben. Mhm. Das Dynamit hat es dort zerrissen. Hast du es hier sehen? Hätte ich nicht gedacht. Warte. Warte. Warte, meine Lieder noch. Das ist ja das größte Drecks noch, was wir jemals hatten. Mhm. Ja, hast du ja wirklich. So viele Augen ganz herrlich haben, wie das Ding Löcher hat. Hier, wenn man ruhig noch anschluckt. Mhm. Hier wird es wieder spaßig in den Entwicklungsländern. Ja. Wir leuchten ja mal wieder Weihnachtsbäume. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. 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 Hm. Als es ist so. Wir müssen in der Scheiße genau da rüber. Aber ist okay, es ist nicht so weit. In die Richtung. Ach scheiße, nur in den Dosen, Dings. Das macht doch nichts, das ganze Durchschleichen. Ich bin rechts rum, künstliche Hände vorbei. Neu auf? Ja. Okay. Ich riskiere mal ein Blick. Nichts gesehen. Gar nicht. So, wo müssen wir hin? Ja, oder was will man? Wir müssen eher so ein bisschen... ...hier lang. Links! Links dann mal! Was? Links ist einer? Zwei. Hast du die Bäume da? Oh ja! Warte, wir bleiben hier an Deckung. Wir haben Zeit, meiner. Warte. Warte. Wie viel Uhr? 45. Er läuft gerade rüber. Jetzt ist er bei... ...60 ungefähr. Er läuft zur Hütte rüber. Ich höre was im Wasser da unten. Ich hab ihn. Erwischt. Also einen Schluck hat er gekriegt. Er ist bei 30, war er zum Schluss. Bei mir ist er bei... ...90. Oh nein! Hinter mir! Hinter mir! Hinter mir! Er hat mich! Pass auf, er kam von nix! Was? Mach's glatt! Schieß! Kipp ihm! Kipp ihm! Wieso? Oh nein! Oh nein! Ah nein! Das gibt's doch nicht im Augenblick! Über die Fäße gehen mir! Oh Mann! Na ja! Da bin ich nicht drauf gekommen. Das gibt's doch nicht! Oh mir wird mir eine Durchschlagskraft hier! Oh nein! Na ja! Gute XP haben wir gekriegt! Zwei Jäger haben wir getötet! Oh! Kurz vor der 61! Oh! 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 Vielen Dank.